Wir haben sonst ja auch sehr, sehr viele Zuschriften. Mittlerweile aus Australien von Deutschen, die dahin ausgewandert sind oder aus dem deutschsprachigen Raum, aus USA, aus Südamerika, gab auch mal, und da kriegt man eine Gänsehaut, es gab auch mal eine Zuschrift aus Afghanistan, als die deutschen Bundeswehrsoldaten dann auch waren, die gesagt haben, nach ihren schwierigen Einsätzen am Tag, sind einige von uns, die da im Zelt dann drei Fragezeichen hören, sonst kommen sie gar nicht in den Schlaf.